Servus und herzlich willkommen beim Homeblog. Wir zeigen euch die schönsten Objekte der Region und haben uns dieses Mal ganz was besonders einfallen lassen für euch. Wir sind auf dem Weg zum Kirchberger Sonnenberg. Da ist ein wunderschönes Chalet und das schauen wir uns heute an. Ich hoffe das Video gefällt euch. Drückt fleißig auf gefällt mir und abonniert unseren Kanal. Viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.